Jo, meine lieben Freunde, da mitten herzlichen Willkommen zurück zu Let's Play. Red Shirt und Clang 1. Ja, Leute, wir sind mittlerweile auf dem Weg nach Aridia. Ich will jetzt auf Eudora leider nichts mehr machen. Erstmal. Und dann... Ja, machen dann hier weiter. Müssen hier den Dietrich finden. Ich dachte eigentlich, dass man den auf Eudora tatsächlich findet. Aber nein, egal. Ich glaube, Aridia war auch damals von... Nee. Nee, gar nicht. Stimmt nicht. Ich wollte eigentlich sagen, Aridia war auch damals das Demo-Level zu Red Shirt und Clang 1. Aber es war Blackwater City, glaube ich. Es war damals schon so lange her. Ist jetzt so lange her. Ähm, kann ich mich mal loschen oder so? Nö. So, würde ich sagen, gehen wir erstmal hier lang. Und auf in die Cut-Scene. Hey, das ist Git McMorx. Ach, das ist okay. Aber ich habe Probleme, zum Schiff zurückzukommen, weil ich mir den Knöchel verstaucht habe. Ja, klar. Wenn ihr alle Sandteile erledigt, könnte ich euch vielleicht ein Hoverboard schenken. Wir würden ja gerne helfen, Mr. McMorx, aber wir suchen Käpt'n von... Eins deiner Boards. Hm, ich wollte schon immer ein gutes Hoverboard. Tja, na gut. Und du hältst am besten deinen Fuß hoch. Soweit, so gut. Neue Aufgabe. Neues Glück. Alle Sandteile zerstören in diesem Gebiet. Ich glaube, dafür können wir auch die Saug-Kanone tatsächlich benutzen. Okay, wir sind voll Blude. Oh shit. Viele das sind einfach, oder? So, ich glaube, hier haben wir jetzt einen Verstand. Flick, können wir zerstören. Hit. Nala-Bomber. Tja-dum, ein Gold-Bolt. Äh... Katja. Tja-dum, ein Gold-Bolt. Tja-dum, ein Gold-Bolt. Ich hatte früher auch irgendwie immer so dieses Gefühl, dass sie dieses, wie heißt das nochmal Nanotech, ne, dass sie dieses Nanotech irgendwie von dem damaligen PS2 Menü, äh, inspiriert haben lassen. Das sieht fast so ähnlich aus. Bei dem Menü, da glaubst du ja auch diese komischen blauen Punkte, die sich so bewegen. Weiß nicht, das ist nur so eine Theorie. Aber das sind doch jetzt nicht noch alle, oder? In diesem Gebiet. Wahrscheinlich doch. Alter, wie viele. Hier, Kumpel, fang! Ein brandneues Z3000, die gibt's noch gar nicht zu kaufen. Okay, ich muss los. Wir sehen uns bei den Hoverboard-Rennen. Du hast ein Gadgetron Z3000 Hoverboard erhalten. Setze das Hoverboard auf der Rennstrecke in Blackwater City auf dem Planeten O-Dar ein. No, aber da müssen wir jetzt mal in den Kumpel. Okay. So, jetzt haben wir schon mal den ersten Abschnitt abgeschlossen. Mal eben eine Zunge kaufen. Was ist das für ein Hintergrundgeräusch? Eine gute Wahl. Oh. Oh, wir sind jetzt hier. Das war's für heute. Das war's jetzt, hier unten. Das scheint es ganz gut hier in Summen. Und jetzt haben wir wieder zwei Gebiete. Ich würde sagen, wir machen erst das hier. Hier gibt es tatsächlich jetzt auch einen Steepunkt. Und zwar müssen wir versuchen, diesen Abschnitt ohne den Boden zu berühren zu schaffen. Was soll ich das hinkriegen? Das Problem ist, hier sind wieder so viele Kisten auch im Weg. Wird auch wahrscheinlich erst mal beim ersten Run nicht funktionieren, weil jetzt so viele Kisten wieder im Weg sind. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt schon zu dem Abschnitt hier gehört. Ich glaube, es ist auch tatsächlich nur der letzte Abschnitt, der darunter zählt jetzt. Weil das geht ja hier zum Beispiel gar nicht, dass man das ohne den Boden zu berühren schaffen soll. Ich glaube, dieser Abschnitt hier ist damit gemeint gewesen. Versuchen wir es mal. Okay, äh, mein OBS ist minimiert. Läuft. Machen wir es nochmal. Finde ich ja wieder klasse, wie das hier alles so funktioniert. Da. Verdamm. Und da ist auch schon der Dietrich. Den brauchen wir jetzt. Dank neuester Präzisionslaser-Technologie knackt der Dietrich von Gadgetron selbst unknackbar Türen von Gadgetron. Jetzt wird es lustig. Jeder Ring eines unknackbar Schlosses ist mit Lasern versehen. Ziehe mit den Lasern auf die Rezeptoren des äußeren Rings, bis sie grün leuchten. Alle Rezeptoren müssen grün bleiben, bevor das Unknackbar Schloss geöffnet werden kann. So. Äh, ja. Du kannst da ruhig hoch, wenn du möchtest. Danke. Okay, wir müssen hier lang. So. Einen Punkt haben wir noch jetzt. So, hier. Oh, kack. Oh, shit. Oh, shit. Wird jetzt zurück. Ich glaube, das macht keinen Sinn gerade. Dann kann ich sogar schon den Todeswandschuhe kaufen. Aber nicht. So. Der muss sich da schon dran halten, ne? Oh, cum. Oh, cum. Du denkst mal wieder? Ich glaube, das wird voll aufgekommen. So, hier müssen wir das jetzt auch immer machen. So. Danke, danke. So, hier müssen wir das jetzt aber mal machen. Okay, danke. Also die поб복 Gospeles So, nächste Cutscene. Hey, ich hab sie schon mal im Infobot gesehen. Sie sind Skids Agent? Wah, Skids Agent. Seit dem Absturz ist Skid verschwunden. Und ein Agent ohne Star ist wie ein Floh ohne Hund. Moment, du siehst auch recht sportlich aus. Hör zu, wenn du den Hauptpreis der Hoverboardrennen in Blackwater City gewinnt, dann wirst du mein nächster Star. Für solch triviale Sachen haben wir keine Zeit, Sir. Hm, genau, ich als der neue Skid McMarx. Und nächste Aufgabe. Wir müssen den Preis gewinnen. Aber wie gesagt, geht jetzt noch nicht, weil wir haben noch nicht den Infobot für diesen Planeten. Warte. Aber jetzt werden wir sowieso alles noch bekommen, weil jetzt müssen wir wieder zurück nach Eudora. Und auf Eudora müssen wir den Dietrich einsetzen. Aber ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal den Todeshandschuh. So, je mehr Content, desto besser. So, äh, äh, Eudora, ne? So, dann machen wir schnell den Dietrich Shit. Okay, warte, wo müssen wir hin? Da. Ähm, das muss da hin? Das muss da hin, das muss da hin, das muss da unten hin. Oh, süße Musik. Ähm, ja. Ganz schön, wie wir keine Sounds haben. Wieder keine Sounds. Alter, ich dachte schon, ey. Höh. Ich glaube, das ist auch so ein Bug jetzt. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich einmal umbringen. Jetzt. An der Stelle, oder? Ja. Ich glaube, das hatte ich schon mal früher. Eigentlich müsste da jetzt ein kühnes Teil, glaube ich, auftauchen, aber wollte nicht. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Schade. Oh, shit, ey. Ich glaube, wir sollten noch jeweils Sprung machen. Ja, da ist er jetzt nämlich, seht ihr? Er ist vorher nicht da gewesen. Ja, diese Box. Drückst du die Dreieck-Taste doppelt, kannst du schnell zwischen deinem... Cool. So, die müssen da hin. Die müssen da hin. Und der muss nach unten. Easy. Oh, cutscene. Oh, cutscene. Sind Sie mit Ihrer aktuellen Beschäftigung unzufrieden? Dann kann die TBS Ihnen helfen. Die taktische Blark-Forschungsstation. Hallo, ich bin der leitende Vorsitzende Drag. Und hier in der TBS suchen wir motivierte Mitarbeiter für absolut aufregende Arbeitsplätze. Grime-Bootz-Tester, Sprengkopf-Bautechniker, Mutanten-Tierpfleger, Roboter-Mechaniker, Sau-Kanonen-Tester und Verwaltungs-Assistente. Kommen Sie zur TBS. Arbeiten Sie an unseren Waffen und an Ihrer Karriere. Ich rufe die TBS heute noch an. Das ist unglaublich. Mann, hast du gesehen, was die hier alles bauen? Lass uns absahnen. Nein, wir müssen weiter nach Captain Quark suchen. Da hast du natürlich recht. Hab ich? Klar, wir brauchen Quark. Aber wäre es nicht toll, wenn wir ihm dann gleich sagen könnten, wo Drag ist? Denke schon. Also, wir gehen zur Raumstation und fragen die Techniker. Die arbeiten für Drag und sollten wissen, wo er ist. Deine Logik leuchtet mir nicht ein. Ach, du denkst zu viel. Lass uns gehen. Ja. Neuer Infobot. Neuer Planet. So, dann würde ich sagen, auf geht's. Drag Station. G34 Nebel. Okay. Tun wir es doch einfach mal. So, meine Freunde. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut an der Stelle. Dann bringen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Also, wir können uns im nächsten Mal, okay. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017